Der Tschetschenen-Führer und Vertraute von Kreml-Chef Wladimir Putin, Ramzan Kadyrov, liegt im Koma. Berichtet zumindest der ukrainische Geheimdienst. Schon in den vergangenen Wochen wirkte Kadyrov angeschlagen. Unter anderem wurde über ein Nierenleiden oder eine Drogensucht spekuliert. Kadyrov selbst hatte seinen Leibarzt für seinen schlechten Gesundheitszustand verantwortlich gemacht. Aus Rache soll er den Mann, der auch Vizepremier seines Landes war, bei lebendigem Leib begraben haben. Trotz der von der EU-Kommission verkündeten Aufhebung des Importverbots für ukrainisches Getreide wollen Polen, Ungarn und die Slowakei die Einfuhrbeschränkungen verlängern. Warschau wolle nationale Maßnahmen einführen. Die Slowakei will das Importverbot bis Jahresende verlängern. Auch Ungarn kündigte eine Verlängerung an. Die EU hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Zölle auf ukrainische Exporte gestrichen. Landwirte in den Nachbarländern der Ukraine protestierten jedoch gegen den dadurch verursachten Preisverfall. So, ich möchte sprechen über die aktuelle Situation in der Ukraine. Im Studio Klaus Wittmann, General AD und Militärhistoriker. Willkommen und guten Morgen bei Welt, Herr Wittmann. Morgen, Glück. Reden wir mal über Rückeroberungen. Da heißt es jetzt in der Nähe von Bachmut Andriyivka, eine kleine Ortschaft. Diese Erfolge, die muten erst mal an, als wären sie von symbolischer Natur. Oder sind sie tatsächlich wichtig für die Ukraine? Wenn Bachmut wieder zurückerobert würde, das wäre von riesiger symbolischer Bedeutung für Russland, weil es der einzige Ort war, den es in der ganzen Winteroffensive erobert hat. Diese kleinen Orte, die jetzt die Ukraine zurückerobert, Andriyivka haben sie genannt, das ist die jüngste Meldung, die sind ja total zerstört, aber wichtig, weil sie an bestimmten Nachschubrouten liegen. Und außerdem ist die ukrainische Taktik bei diesen kleinen Rückeroberungen Bindung russischer Kräfte, möglichst starke Dezimierung der russischen Kräfte bei möglichst großer Schonung der eigenen. Und das scheint Erfolg zu haben. Das wollte ich gerne nochmal nachfragen, inwieweit dieser Symbolcharakter teilweise der Rückeroberung von bestimmten Gebieten nicht auch dazu führt, dass sich möglicherweise das ukrainische Militär verbrennt und aufreibt. Also Bachmut wird seit Monaten gekämpft und wir wissen, ohne genaue Zahlen zu kennen, die Verluste dort müssen enorm gewesen sein, auf beiden Seiten. Aber die Verluste auf russischer Seite, die waren in den heißen Monaten, als dort die Wagner-Söldner noch zugange waren, auf russischer Seite sechs bis siebenmal höher als auf ukrainischer Seite. Und ich glaube, die Ukrainer gehen sehr klug vor dabei. Und wie gesagt, bestimmte Nachschubrouten und der Fluss Bachmut, hinter den sie die Russen zurückdrängen wollen, das alles spielt auch eine taktische oder sogar operative Rolle. Aber Bindung und Dezimierung russischer Kräfte ist ein wichtiger Gesichtspunkt.